Hallo du wundervoller Mensch und herzlich willkommen beim Seelen-Schokoladen-Podcast. Mein Name ist Julia Kolella, ich bin Wirtschaftspsychologin, Hypnose-Therapeutin und Glücksforscherin. Dieser Podcast ist für feinfühlige Menschen, die ein glückliches und erfülltes Leben in Balance führen wollen. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mich aktuell sehr bewegt. Ich hatte gerade ein bestimmt zweistündiges Telefonat mit meiner Assistentin und sie hat mich darin motiviert, doch einfach mal keine Folge vorzubereiten, sondern einfach über das zu sprechen, was mich gerade bewegt, weil das angeblich einen Sinn hat. Sie sagt, Julia, wenn du eine Folge veröffentlichst, denke ich mir immer so, du triffst einfach genau den richtigen Moment, eine Folge zu veröffentlichen. Und ja, sie hat mich darin motiviert, heute über das Thema zu sprechen, Scham. Scham ist ein ganz großes Thema. Wir trauen uns wegen Scham ganz oft nicht über gewisse Dinge zu sprechen oder uns auch Hilfe zu holen. Und es ist auch ein ganz großes Thema, Scham bezüglich Coachings, nämlich Hilfe in Anspruch zu nehmen, sich einen Coach zu holen und seine Themen zu bearbeiten. Heute möchte ich ein bisschen beleuchten, was dahinter steckt, warum es manchen Menschen so geht, was die Angst damit zu tun hat. Und ja, vielleicht kann ich mit dieser Folge sogar ein paar Türen öffnen oder dir die Scham vor manchen Themen nehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Mach sie gemütlich, lehn dich zurück und genieße die Schokolade für deine Seele. Ja, passend zu sehen, Schokolade habe ich gerade einen ganz wunderbaren Kakao mir gemacht. Es ist ja schon spät abends. Und da trinke ich gerne manchmal so einen Kakao, ich habe es so aus dem Reformhaus, so ein stark entöltes Kakaopulver und dann mache ich den schön mit Hafermilch in meinem Milchaufschäumer. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade erzähle. Auf jeden Fall gucke ich gerade in den Becher rein und denke mir, ach, das ist jetzt auch gerade irgendwie meine Seelenschokolade. Ja, wie schon erwähnt, sprach ich gerade mit meiner Assistentin so darüber, dass heute wieder eine Klientin beim Coaching zu mir sagte, Julia, warum bin ich denn nicht schon viel früher zu dir gekommen? Und ich mache ja keine Werbung. Also ich habe noch nie irgendwie Werbeanzeigen oder dergleichen geschaltet. Das heißt, alle Menschen kommen organisch zu mir. Auch du bist irgendwie auf einem organischen Weg jetzt bei mir gelandet und hörst meine Worte. Alle meine Klienten folgen mir schon seit Längerem. Also es ist selten, dass jemand mir nur ein paar Monate gefolgt hat. Viele verfolgen mich wirklich, verfolgen, das hört sich immer so verrückt an, seit 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und so weiter. Also teilweise schon seit vier, fünf, sechs Jahren, was voll die krass lange Zeit ist. Und ich meine, du kommst ja nicht umsonst irgendwie zu dem Thema, irgendwas hat dich ja bewegt, irgendwas hat dich getriggert. Irgendwo hast du einen gewissen Schmerzpunkt in deinem Leben gehabt, dich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen. Keiner beschäftigt sich damit einfach nur mal so, weil er nichts Besseres zu tun hat. Habe ich auf jeden Fall noch nicht mitbekommen. Irgendwo ist ein gewisser Schmerzpunkt und du setzt dich mit diesen Themen auseinander. Und ich frage mich immer, warum nicht gleich ein Coaching machen? Warum murkst man so lange rum, bis irgendwie dieser Leidensdruck so groß wird, dass man dann endlich ein Coaching macht und sich dazu überwindet, Geld zu investieren und in sich zu investieren, um für eine Veränderung zu sorgen, die halt auch wirklich nachhaltig ist, die einem wirklich was bringt in seinem Leben. Und ich persönlich bin so ein Mensch, ich gehe alles immer sofort an. Wenn ich merke irgendwie, da habe ich eine Blockade, da komme ich nicht weiter, versuche ich das mit meinen eigenen Tools zu lösen und wenn ich da nicht weiterkomme, dann hole ich mir immer Unterstützung. Ich gehe regelmäßig zu meiner Heilpraktikerin. Ich mache regelmäßig Sitzungen mit einer sehr erfahrenen Psychotherapeutin und da machen wir sozusagen eine Fallbesprechung von meinen Fällen. Und ich finde das total sinnvoll und das sollte eigentlich jeder machen, der psychologisch arbeitet. In manchen Psychotherapiebereichen wird es sogar vorgeschrieben, solche Sitzungen zu machen, um einfach selbst als Psychologe im Psychohygiene zu betreiben. Und für einen Coach ist es jetzt nicht unbedingt zwingend vorgeschrieben. Der Coaching-Begriff ist ja auch leider nicht geschützt. Ich wäre total dafür, dass man es schützen würde. Ich wäre am liebsten dafür, dass man ein Studium absolvieren sollte, um als Coach zu arbeiten, weil halt viele Handlanger sich auf dem Markt herumtreiben. Und ich fände, man sollte den Begriff schützen. Ich habe ja in meinem Master Business Coaching und Change Management studiert und da sind auch sehr erfahrene Coaches, Professoren, Psychologen dabei gewesen, die sich schon dafür einsetzen, dass der Begriff geschützt wird. Aber es ist tatsächlich nicht leicht. Und Deutschland ist nicht gerade so klein, genauso wie in Amerika. Es ist noch größer, es ist noch schwieriger, so Begriffe zu schützen. Aber selbst in Deutschland ist es nicht so einfach. In Österreich zum Beispiel, deutlich kleiner, ist der Begriff tatsächlich geschützt. Und auch in der Schweiz. Aber Deutschland hinkt da noch hinterher. Aber ich glaube ganz fest daran, dass es in der Zukunft irgendwann geschützt wird. Ich würde mich da sehr für aussprechen, weil es sind wirklich viele auf dem Markt, die einfach so sagen, ich habe halt meine Krise überwunden, jetzt werde ich halt Coach. Aber es gehört halt einfach noch viel mehr dazu. Noch viel schlimmer finde ich es, dass es Leute gibt auf dem Coaching-Markt, die halt als Coach arbeiten und selbst noch nie ein Coaching gemacht haben. Das finde ich, für mich persönlich geht gar nicht. Also es geht einfach überhaupt gar nicht, gar nicht. Weil jeder Mensch, jeder hat seine Themen, seine Baustellen, seine Herausforderungen, seine Blockaden. Und wenn man die selbst nicht kontinuierlich bearbeitet und löst, dann entwickelt man sich ja auch null weiter. Und ich finde es auch total überschwinglich und überheblich zu sagen, irgendwie ich bin mit meiner Entwicklung fertig. Aber tatsächlich habe ich schon Trainer kennengelernt, die einfach auch mega krass erfolgreich sind und sich auf der Bühne positionieren als hast du nicht gesehen, wie toll und sagen, ja, ich brauche ja keine Coachings mehr zu machen. Ich bin fertig. Ich bin fertig? Was ist das denn für eine Aussage? Bitte? Also was ist mit dir los, zu behaupten, du wärst fertig oder so toll und so perfekt, dass du das jetzt nicht mehr brauchst? Allein sowas würde ich schon einfach in Frage stellen. Ja, und heute Morgen habe ich mir eine Hypnosesitzung gegönnt. Ich arbeite ja selbst mit Hypnose und bin davon total überzeugt, weil es für mich ein total krasses und effektives Veränderungstool ist, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und es war halt einfach voll die krasse Session, weil wir angefangen haben, wirklich ganz früh in meinem ersten Lebensjahr, erstes, zweites, drittes Lebensjahr, bis zum 14. meine Lebensjahre durchzugehen und die Themen. Und jeder, der diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass mein Kindheit halt die absolute Hölle war. Also ich habe in vielermaßen einfach wirklich einfach so eine krasse Hölle erlebt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich ja eine gewisse Herausforderung daraus getragen habe, sowohl, dass ich halt körperlich sehr, sehr krank war als Jugendliche und als junge Erwachsene und sehr, 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 sehr viel an mir gearbeitet hatte. Also das heißt, mein Leidensdruck war einfach auch sehr hoch gewesen. Bei mir ist halt die besondere Situation, dass es bei mir sehr früh sehr schlimm war. Also sehr früh hatte ich schon so einen totalen Schmerz gehabt, dass es einfach nicht mehr weiterging. Es war so, okay, also entweder veränderst du jetzt krass was in dir und tust alles für deine Gesundheit oder du stirbst halt. Ich hatte gefühlt keine andere Wahl gehabt. Und das war einfach bei mir schon sehr, sehr früh der Fall gewesen. Und ja, ich frage mich einfach, warum muss bei Menschen immer der Schmerz so hoch sein? Heute weiß ich, dass Coaching und alles in die Richtung einfach super toll ist mit einer guten Person, die mit dir harmoniert, die gut ausgebildet ist, die kompetent ist, deine Themen zu lösen, weil es einfach voll der Booster ist. So hatte ich heute Morgen wieder eine Hypnosesitzung. Es war sehr bewegend. Natürlich kann dabei auch einiges aufgewühlt werden. Das war auch definitiv der Fall. Also es hat mich heute wirklich sehr bewegt. Ich nehme mir danach auch immer einfach Zeit, dann mein Tagebuch zu schreiben, Journaling zu machen, zu meditieren. Und einfach das für mich auch so zu verarbeiten, um mir die Zeit zu nehmen, das auch einfach sich setzen zu lassen. Es ist halt schon so, du kehrst halt durch und es wird halt einiges aufgewirbelt, aber danach ist einfach auch sauber und es legt sich alles wieder und beruhigt sich auch wieder. Und es kann sogar manchmal bei gewissen Themen auch zu einer Erstverschlimmerung kommen, bevor es dann wirklich auch in die Heilung geht. Also all das ist möglich. Und ich bin halt wirklich jemand, der sagt, okay, ich hole mir einfach immer Unterstützung und immer Hilfe, sei das jetzt im Business-Kontext, wenn ich jetzt irgendwie was Neues lernen will, wie zum Beispiel Pinterest, dass ich gucke irgendwie, wer kann damit gut arbeiten, wo kann ich mir da Hilfe holen, spreche mit meiner Assistentin darüber, als auch irgendwie bei Marketing-Sachen, wo ich einfach irgendwie keine Ahnung davon habe, dann nehme ich mir auch einen Business-Coach. Oder einfach selbst Hypnosesitzungen zu haben. Da nehme ich mir auch jemanden, der dabei gut ist und bei dem ich ein gutes Gefühl habe. Also ich bin einfach jemand, der sagt einfach immer sofort, ich hole mir Hilfe und nicht erst, wenn es irgendwie schlimm wird, sondern ich tue präventiv einfach regelmäßig zu meiner Heilpraktikerin gehen und präventiv Coachings in Anspruch nehmen und präventiv einfach immer kontinuierlich an mir arbeiten. Und das wird auch mein ganzes Leben lang so bleiben, weil ich niemals behaupten würde, ich bin fertig. Auch wenn ich jetzt schon, seit ich 14 bin, an mir kontinuierlich arbeite, trotzdem würde ich mich niemals als fertig bezeichnen und finde es sehr, sehr, sehr fragwürdig, wenn Menschen in meiner Branche bezeichnen würden, also sagen, dass sie irgendwie fertig sind. Ich glaube einfach, das ist ein Problem. Es ist einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Es ist für manche einfach nicht so leicht. Ich meine, wann bittet man um Hilfe? Meistens erst dann, wenn es gar nicht mehr geht. Aber ist das wirklich sinnvoll? Leute denken unbewusst, sie verlieren vielleicht ein Ansehen, wenn sie sich Unterstützung holen. Aber das ist totaler Quatsch, weil die Leute um dich herum, die kriegen das ja gar nicht mit. Und ich sage meinen Klienten auch immer so, wenn wir jetzt ein Thema bearbeitet haben, behalte das erstmal für dich und gib dem erstmal Zeit, in dir zu wirken. Renn dich damit zu den erstnächsten Personen, die sowieso kritisch gegenüber all dem steht und dass die alles kaputt reden, weil das ist noch irgendwie ganz klein und zart, wie so ein ganz zartes Flänzlein. Wenn da jemand drauf tritt, dann fühlst du dich halt damit nicht so toll und stark. Also warte erstmal, bis die Pflanze ein bisschen stärker geworden ist und dann kannst du es ja nach außen tragen. Es ist natürlich auch so eine Frage, was dein Lösungsmuster ist. Ich meine, Coaching ist ein totaler Booster für Lösungen. Also mein Lösungsmuster ist, mir Unterstützung zu holen, wenn ich an Herausforderungen komme, wo ich selbst nicht weiterkomme. Weil bei uns ist es so, wenn wir ein Thema haben, wir sitzen in so einer Kiste und wir sehen die Wände, die Decke und den Boden, aber wir wissen nicht, wie wir selbst rauskommen können. Und für mich als Coach ist es, als ob ich auf diese Kiste drauf gucke und meistens steht quasi draußen die Gebrauchsanweisung drauf. Oder ich sehe, wie man von außen betrachtet, da leichter rauskommt oder überhaupt rauskommen kann. Aber wenn man halt drinnen sitzt in der Kiste, sieht man halt den Weg nicht raus. Und ein Coach hilft dir halt dabei, aus dieser Kiste, die halt die letzten Jahre viel zu eng geworden ist, halt rauszukommen und eine neue Freiheit und Offenheit und Leichtigkeit zu haben. Und ja, das ist persönlich mein Lösungsmuster, halt mir immer Unterstützung zu holen und immer gerne in mich zu investieren und in meine Entwicklung. Ich möchte mal ein Beispiel dazu machen. Ich habe ja schon mehreren Hunderten von Menschen geholfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Rauchen ist für mich auch einfach nur eine Verhaltensweise. Ja, also man raucht, weil man eine positive Intention dahinter hat, so wie zum Beispiel Abstand zu bekommen, Entspannung, vielleicht auch eine Belohnung oder Ruhe. Und es ist absolut möglich, diese Verhaltensweise Rauchen einzutauschen gegen etwas Sinnvolleres. Zum Beispiel, wenn es jetzt das Thema ist, Ruhe und Entspannung, erstmal anzuerkennen, man kriegt beim Rauchen eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung, der Pulsschlag steigt an, das Gift muss verarbeitet werden. Das sind alles Anzeichen von Anspannung, aber auf gar keinen Fall von Entspannung. Ich sage aber nicht, dass man nicht das Gefühl hat, dass es einen entspannt. Und dieses Gefühl dahinter, das ist das Wichtige. Das ist einfach das, was es einem gibt. Und das entsteht dadurch, dass zum Beispiel, wenn irgendwo ein Stressherd ist, können die Raucher immer sagen, jo, ich gehe mal eine rauchen und entferne sich von dem Stressherd. Und dann können sie einfach tief durchatmen. Was macht man beim Rauchen? Also tief und schnell einatmen und langsam und tief aus. Und das ist ja auch so der Grundstock von jeder Meditation weltweit. Dieses langsame, entspannte Ausatmen, gegebenenfalls auch Atempausen einzuführen, wie man zum Beispiel im Pranayama, das kennt man vielleicht aus dem Yoga, auch macht. Das heißt, hinter dem Rauchen steckt eine positive Intention. Und man kann jetzt neue Verhaltensweisen einfügen, wie zum Beispiel einfach, sich den Freiraum zu nehmen, einen Stressherd verlassen zu dürfen. Man muss nichts aushalten, man darf gesunde Grenzen setzen. Das heißt, man tauscht eine Verhaltensweise wie Rauchen ein durch einfach Situation verlassen, Grenzen setzen. Und das kann man jetzt bei allen positiven Intentionen auch so machen. Ich nehme dann halt immer noch das Unterbewusstsein mit, halt auch wirklich im Unterbewusstsein das zu verankern und zu verändern. Es kann auch noch sehr viel mehr zum Beispiel hinter dem Rauchen stecken, wie ein Symbol der Freiheit oder warum man überhaupt angefangen hat. Ist es vielleicht so ein Zugehörigkeitsding oder dergleichen. Und jetzt kriege ich zum Beispiel letztens eine Anfrage von einer Frau, die schon sehr, sehr lange raucht, also mehrere Jahrzehnte lang. Und sie hat schon seit Ewigkeiten von einem Arbeitskollegen ein Kärtchen bekommen, der mit meiner Hilfe aufgehört hat zu rauchen. Schon vor vielen, vielen Jahren, er ist weiterhin Nichtraucher. Und jetzt hat sie schon seit Jahren dieses Kärtchen da liegen, will eigentlich ja auch schon seit Jahren aufhören. Und jetzt ist halt irgendwas passiert bezüglich ihrer Gesundheit, eine Veränderung auch in ihrer familiären Situation, dass sie sagt, so jetzt möchte ich aufhören. Und dann schreibt sie mir und ich sage, hey, ich gucke, dass ich dir so schnell wie möglich ein Erstgespräch gebe und biete ihr ein Erstgespräch an innerhalb der nächsten zwei Wochen. Und sie sagt, Mensch, toll, dass es so schnell klappt. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Wäre es auch möglich, wenn du mir ein Erstgespräch in zwei Monaten gibst? Und ich so, hä? Was? Das ist ein Erstgespräch. Also es ist nicht die Therapie, die wir dann machen zum Rauchen aufhören, sondern es ist erstmal ein Erstgespräch. Also habe ich tatsächlich so eingeführt, einfach sowohl für mich als auch für den Klienten zu gucken, passt es denn überhaupt zwischen uns? Oder jetzt spezifisch beim Thema Rauchen, will die Person denn wirklich aufhören? Weil ich habe keine Lust, mit Menschen zu arbeiten, die gar nicht wollen. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn, weil ich kann mir ja ein Beinchen ausreißen, wenn die Person irgendwie gar nicht will, dann macht das einfach, ja, keinen Sinn. So. Und ich habe mir wirklich gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein. Nein, ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden. Wie kann man denn, wenn man jetzt schon seit so vielen Jahren sagt, ich möchte aufhören zu rauchen, jetzt hat man so viele Jahre die Lösung direkt vor der Nase liegen, man denkt schon seit so vielen Jahren drüber an, jetzt nimmt man endlich den Mut zusammen, kontaktiert die Julia und sie macht alles möglich, um innerhalb der nächsten zwei Wochen ihren Termin zu geben für ein Erstgespräch, um dann wirklich die Rauch-Session zu machen, um Nichtraucherin zu werden und dann sagt man, hey, erst in zwei Monaten. Also für mich ist es, ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ich persönlich würde anders vorgeben. Aber manchmal haben Menschen Angst, dass das Problem auch weg ist, weil Probleme, ja, manchmal einen sekundären Krankheitsgewinn haben oder einen zu hohen Nutzen. Es könnte zum Beispiel sein, bei der Frau jetzt bei dem Thema Rauchen, dass es für sie ein krasses Symbol ist von Freiheit und sie unbewusst denkt, man nimmt ihr irgendwie die Freiheit weg, was ja totaler Quatsch ist. Und ich nehme niemanden irgendetwas weg mit meiner Arbeit, sondern gebe ganz viel Mehrwert und ganz viel Freiheit und ganz viel Leichtigkeit und ganz viel Schönes. Sonst würden mich ja Menschen auch gar nicht weiterempfehlen. Ja, sekundärer Krankheitsgewinn, ein riesengroßes und sehr, sehr wichtiges Thema. Ich möchte dazu gerne mal einen Fall vorstellen, wo ich damals noch in der Klinik gearbeitet habe. Wir hatten da eine Patientin gehabt mit Fibromyalgie und chronischen Schmerzen und keiner der Ärzte kam weiter, keine Schmerztherapie hat begriffen und wirklich alle waren so, okay, wir können der Frau irgendwie nicht helfen. Und der Chefarzt, der ein Riesenfan von meiner Arbeit ist, durch den ich dort auch arbeiten durfte, der mich da reingebracht hat, der hat gesagt, komm, macht sie mal eine Session mit der Julia. Ja, da hatte ich diese Frau vor mir sitzen und ich habe wirklich irgendwie alles probiert und alles gemacht und alles getan und ich war dann auch wirklich, also das war, das ist für mich dann so, so krass, also irgendwie kommst du hier nicht weiter. Und dann schon so voll verzweifelt habe ich dann zu ihr gesagt, wissen Sie was, stellen Sie sich mal vor, ich mache jetzt Schnips und ihr Problem ist weg, die Schmerzen sind gelöst und Ihnen geht es wieder richtig gut. Und dann sagt die Frau, nein, nein, das geht nicht. Dann lässt sich mein Mann von mir scheiden. Und dem war also, aha, okay, interessant, wieder lässt sich scheiden. Ja, mein Mann hat gesagt, wenn ich gesund bin, meine Schmerzen weg sind, dann lassen wir uns scheiden. Und in dem Moment war natürlich klar, was der sekundäre Krankheitsgewinn war, nämlich, dass sie mit ihrem Mann zusammenbleiben konnte, weil sie den geliebt hat, weil sie Angst hatte, ihn zu verlieren. Das heißt, ich hätte mir ein Beinchen ausreißen können. Die Frau wollte gar nicht gesund werden. Und dann habe ich ihr ein Kärtchen gegeben vor einer Eheberatung. Dann habe gesagt, ich kann Ihnen nicht helfen. Diese Eheberatung wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und ja, und dann kann es halt tatsächlich sein, dass wenn du den eigentlichen Grund löst, zum Beispiel deine Ehe zu retten, dass dann auch endlich diese Schmerzen gehen können, weil der sekundäre Krankheitsgewinn gar nicht mehr nötig ist. Ich glaube, manchmal haben Menschen auch Angst, dass es wirklich klappen könnte, dass wirklich dieses Coaching oder diese Therapie jetzt wirklich ihre Probleme löst. Denn viele Menschen haben sich an ihr Problem einfach schon total gewöhnt. Und dann gibt es ja diesen Spruch, und an dem ist sehr viel dran. Lieber das altbekannte Leid als die unbekannte Freud. Und ja, das altbekannte Leid, das kennt man halt seit so vielen Jahren. Und das Unbekannte, das macht irgendwie Angst. Man weiß nicht genau, was auf einen zukommt. Also bleibt man lieber im alten Mist sitzen, als die Energie aufzubringen, sich zu verändern. Aber ich frage mich, ist das wirklich so toll? Es gibt zum Beispiel auch ein Beispiel, an dem ich dir das zeigen kann. Zum Beispiel kenne ich jemanden, der hat 25 Kilo abgenommen und war dann total überfordert damit. Auf einmal war das Schutzschild weg und sie hat mehr Aufmerksamkeit von Männern bekommen oder vielleicht auch von einer falschen Person, von der sie gar keine Aufmerksamkeit wollte. Und ja, das zeigt auch einfach wieder so, manchmal ist zum Beispiel auch sowas wie Übergewicht dann da, aus einem Schutz heraus. Und alle sagen immer, ja klar, ich will abnehmen, aber wenn es dann mal so weit ist, willst du das denn wirklich, wirklich? Oder warum ist das denn überhaupt da? Weil ganz oft stecken hinter Problemen oder hinter so Schutzmechanismen oder Verhaltensweisen irgendwelche positiven Intentionen. und deswegen arbeite ich da auch einfach ganz viel damit, dass sollte es hinter diesem Thema einen positiven Nutzen geben, sichern wir den und sorgen dafür, dass der weiterhin erfüllt wird. Ja, dann ist es auch viel, glaube ich, diese Angst vor dem Ungewissen, Angst vor, Angst vor Veränderungen, Angst davor, vielleicht irgendwie einen Teil seiner Persönlichkeit zu definieren. Ja, zum Beispiel beim Rauchen, also es gibt ja auch dieses Wort Raucherin, also quasi, dass man sich schon regelrecht mit dem, was man da macht, egal wie schädlich es ist, es sich assoziiert. Man zählt sich zu irgendeiner Gruppe oder Gesellschaftsform dazu. Also einfach deine Angst davor zu haben, dass sich irgendwas verändert. Und viele haben einfach auch so einen Anspruch an sich, es alleine zu schaffen. Es können dann auch so alte Glaubenssätze sein, wie wer Hilfe braucht, ist schwach oder ein Mann fragt nicht nach Hilfe oder ja, sowas in die Richtung, dass man glaubt, es wäre schwach, nach Hilfe zu fragen, aber ich finde es eher voll schwach, wenn man überhaupt nicht nach Hilfe fragen kann und denkt, dass man immer alles alleine schaffen könnte oder müsste. Und es geht ja auch gar nicht so darum, was die anderen über dich denken, sondern was denkt man selbst über sich. Diese, ist es vielleicht diese Selbstachtung, die irgendwie angekratzt wird, dass man sich eingesteht, dass man Hilfe braucht, weil das angeblich schwach ist. Das mal zu hinterfragen, ist das denn wirklich, wirklich wahr? Ja, geht deine Selbstachtung wirklich verloren? Das kriegt doch auch eigentlich im ersten Mal, es kriegt doch gar keiner mit, wenn du ein Coaching machst, ja. Ich meine, das ist natürlich deine freie Wahl, darüber zu reden, früher oder später, vielleicht aber auch gar nicht darüber zu reden, du machst es in erster Linie nur für dich. Ich mache zum Beispiel mit meinen Klienten auch einen Vertrag, einen psychologischen Vertrag für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Darin stelle ich ganz klar deutlich, dass ich niemals irgendwie Namen erwähne oder Informationen weitergebe oder Sonstiges. Das wäre für mich ein absolutes Tabu, jetzt irgendwie über irgendwelche Klienten zu reden. Das würde ich niemals machen, schon aus meiner Persönlichkeit heraus nicht, aber grundsätzlich auch einfach nicht. Also, ja, diese Frage, ja, sind diese Bedenken dahinter wirklich wahr? Es ist ja auch so interessant, vor welchen Situationen im Leben man Angst gehabt hat. Und vielleicht hast du vor manchen Dingen Angst gehabt und dann hast du es gemacht und dann war es einfach mega gut und du hattest mega den Erfolg. Und dann fragt man sich, warum hatte man eigentlich davor Angst gehabt? Es kann so viel Gutes passieren und es ist nicht mutig, immer wieder das Gleiche zu tun, sondern Mut bedeutet zu handeln, auch wenn man Angst hat. Mut ist nicht Angstfreiheit, sondern Mut bedeutet zu handeln, auch wenn man Angst hat. Und ich habe auch oft Angst bei Dingen. Und im Nachhinein denke ich mir, oh mein Gott, warum hatte ich davor überhaupt Angst? Das war doch so gut. Und ja, Veränderungen passieren eben nur, wenn wir gewissermaßen was verändern oder unsere Komfortzone verlassen oder beides. Ich denke mir immer, so lange im Elend zu verharren ist so eine verschwendete Lebenszeit und einfach so schade. Man könnte viel schneller am Ziel sein und man könnte dabei auch noch eine schönere Aussicht haben, wenn man doch endlich über seinen Schatten springen würde und ein Coaching in Anspruch nimmt. Ich persönlich habe diese positive Erfahrung von Coaching und therapeutischer Arbeit einfach schon sehr früh gemacht und so früh schon erfahren, dass Coaching und sich Unterstützung zu holen einfach so super ist, dass ich heute einfach diesen Weg sehr viel schneller gehe. Ich denke da gar nicht mehr groß drüber nach, sondern hole mir einfach direkt Unterstützung von Leuten, wo ich weiß, die kompetent dazu sind, das zu lösen. und ich probiere alles aus, weil ich mir denke, es wird einfach immer und immer besser und leider fehlt diese Offenheit sehr vielen. Vielleicht auch, weil sie Angst haben. Und trotzdem versuche ich mich immer und immer wieder hinein zu versetzen. Wie geht es den Menschen, die da so viel Angst haben? Es gibt auch so viele, die eine Coaching-Anfrage stellen und dann Rückzieher machen. Da denke ich mir auch so, warum? Jetzt bist du mir schon irgendwie Jahre gefolgt, hast zig Posts von mir gelesen, zig Podcasts gehört und dann machst du irgendwie einen Rückzieher, obwohl du doch endlich den Mut hattest, es zu tun. Ich kann es nicht verstehen. Ich glaube, es ist oft auch so ein Thema, dass Menschen die Klarheit fehlt. Also ich hatte zum Beispiel letztens so einen Fall gehabt, da hat mir jemand geschrieben, ja, ich möchte gerne ein Coaching haben. Da habe ich gesagt, ja, ich mache halt erst ein Erstgespräch. Das kostet 99 Euro plus Mehrwertsteuer, geht ungefähr eine Stunde. Du kannst mir darin deine Fragen stellen. Wir gucken, ob es zwischen uns passt, wie ich dir am besten helfen kann. und ja, dann besprechen wir, wie ich dir am besten helfen könnte und dann kannst du dir immer noch entscheiden, ob du diesen Weg alleine gehen möchtest oder ob du meine Unterstützung haben möchtest. Ja, und dann, ja, hat sie so, ach, mein Gott, ja, muss ich jetzt erst irgendwie genauer mich vorbereiten und so weiter. Kein Mensch muss sich auf ein Erstgespräch mit mir vorbereiten. Keiner. Es ist keine Vorbereitung nötig. Also meistens ist es eher so, dass dieses Vorgespräch ausufert und wir es kaum schaffen, in 60 Minuten fertig zu werden, weil man sich ja auch erst mal irgendwie kennenlernt. Ich muss mich irgendwie erst mal einfinden in die Welt von dieser Person und es ist, ja, meistens einfach viel zu viel und so ein Flow und immer so schöne Gespräche, dass sie meistens länger werden als 60 Minuten. Also es ist wirklich einfach überhaupt keine Vorbereitung vonnöten und sie war dann so, ja, ich muss halt genau jetzt Fragen formulieren und genau wissen, um welches Thema es jetzt geht und so einfach so voll krasse Ansprüche jetzt schon einfach irgendwie an das erste Gespräch von mir und das ist also voll, voll schade, voll schade. Also einfach mal zu sagen, ich gucke jetzt einfach mal, was auf mich zukommt. Julia, die macht das jetzt schon seit so, so, so vielen Jahren, Coachings zu geben, die wird schon wissen, was sie tut. Und du bist ja, also ich sage ja immer, der Kunde ist König, also du darfst dich zurücklehnen und das genießen, dass du jetzt Unterstützung bekommst. so, wenn wir dann beide sagen, hey, das passt, ich sage, hey, ich möchte mit dir arbeiten, ich unterstütze dich dabei und du sagst, ja, ich mache ein Coaching, ich investiere in mich, so, dann geht es natürlich los, dass es an die Arbeit geht und wir herausfinden, wo sind die Klaubenssätze, ich dir Tools beibringe zum Lösen, Meditation, mein Online-Programm, dass wir 1 zu 1 Coachings machen und an deinen Themen und Herausforderungen arbeiten, die Themen an der Wurzel angehen, die Sachen lösen, wir teilweise auch Aktionspläne erstellen, wie du vorangehst, was alles ansteht, du Happy-To-Dos bekommst für dein Wohlbefinden, für dein Glücklichsein, für deine Zufriedenheit, für deine Ziele, um dich halt auch wirklich dann an dein Ziel zu bringen. Natürlich ist das dann Arbeit, aber halt im ersten Gespräch darfst du dich zurücklehnen und einfach nur, ja, Fragen beantworten, damit wir uns kennenlernen und es ist so leicht, es ist so einfach. Ja, genau, ich darf immer wieder mich hineinversetzen in die Situation, wie es für Menschen ist, noch keine Coaching-Erfahrung gemacht zu haben. Das ist für mich tatsächlich manchmal eine Herausforderung. Ja, vielleicht kann ich dir damit irgendwie die Tür öffnen, dass es ganz leicht geht. Es gibt so viele Abkürzungen. Aber den Weg zu gehen, mich zu kontaktieren, den darfst du tun. Ansonsten, ja, kannst du halt weiter irgendwie den steinigen Weg gehen, durch die Sahara, durch die krasseste Sonne, ohne Wasser. und vielleicht entscheidest du ja irgendwann da doch mal Wasser anzunehmen und einen schöneren Weg, einen angenehmeren und leichteren mit einem Turbo Booster, um an dein Ziel zu kommen und darüber hinaus. Und manchmal sind es ja auch nur so kleine Stellschrauben, die man dreht, damit das Getriebe wieder viel leichter läuft. Es darf einfach sein. Es darf leicht gehen. Oder glaubst du etwas anderes? Oder glaubst du, wenn es einfach ist, dann ist es nichts wert? Oder es muss hart sein? Ja, oder sowas. Ich habe einfach beschlossen, nur noch mit Menschen zu arbeiten, die bereit sind für eine Veränderung, die Power dafür aufbringen wollen, die bereit sind, in sich zu investieren. Und Geld kommt immer wieder. Aber deine Zeit kommt nicht wieder. Zeit, die du vergoldest hast, damit zu leiden oder irgendwie gegen deine Gesundheit zu handeln, zum Beispiel mit Rauchen oder anderen ungesunden Verhaltensweisen, wie übermäßig viel Zucker zu essen oder dergleichen. Gesundheit kommt auch nicht wieder. Geld kommt immer wieder. Das ist immer im Fluss. Geld kommt, Geld geht. Ich habe so viel Geld in meine Entwicklung investiert, in Coachings investiert. Bis heute. Ich gebe zigtausende jedes Jahr aus für meine Entwicklung. Deswegen habe ich auch einfach wenig Verständnis dafür, wenn Menschen nicht bereit sind, in sich zu investieren. Und wenn du dir sagst, irgendwie, ich will mein Geld lieber für zwei Wochen Urlaub ausgeben oder für ein Auto ausgeben, dann frag dich mal, hat ein Auto schon mal dein Leben verändert? oder einen Strandurlaub? Dann kommst du zu Hause an und es ist alles wie immer. Na, kurz ist der Zeit in dem Job, den du so hast, ist alles wieder Kacke. Ja, dann würde ich mir mal überlegen, vielleicht hättest du das Geld doch mal lieber in Coaching investiert. investiere dein Geld klug in dich, deine Entwicklung, deine Zufriedenheit, deine Gesundheit, in dein Glücklichsein. Für dich, das ist dein höchstes Gut. Ich finde es schade, dass viele sich selbst nicht wert sind. Ja, also, wenn ich mir vorstelle, ich hätte die vielen, 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 vielen Zehntausende, Hunderttausende, die ich in meine Ausbildung, Studium, in Coaching, in Mentoring-Programme, in Heilpraktikerin, in Körpertherapie, in alles, was ich schon gemacht habe, in andere Dinge investiert hätte. Ich hätte mir auch, keine Ahnung, irgendwelche Luxusgüter kaufen können, dann hätte ich jetzt super viele Chanel-Taschen und Dovitore-Taschen und, keine Ahnung, krasseste Autos und weiß Gott nicht was alles, aber dann wäre ich nicht glücklich. Vielleicht wäre ich dann sogar tot, ja, todkrank oder überhaupt nicht mehr im Leben. Ich bin so froh, dass ich das Geld immer in mich und in meine Entwicklung investiert habe. Ich glaube, es ist das Beste und das Wichtigste, was wir tun können. Und ich möchte dir mit dieser Folge zeigen, dass es vielen Menschen so geht, dass sie hadern, dass sie vielleicht auch Ängste haben, sich einzugestehen, dass Hilfe und Unterstützung sinnvoll ist und dass man sich das auch nehmen darf, dass es okay ist. Und ich möchte dir auch davon erzählen, dass ich es immer wieder tue, dass ich mir immer wieder helfen lasse und dass die tollsten Menschen, die ich kenne, das ebenfalls tun. Die tollen Menschen, die ich um mich herum habe, die nehmen alle Coaching in Anspruch. Alle. Und die sind alle stark und alle so, so, so tolle Menschen. Meine größten Vorbilder, die Menschen, wo ich sage, boah, großartig einfach nur. Echte Vorbilder, die lassen sich alle coachen, die bilden sich alle stetig weiter, die besuchen immer alle weiterhin Seminare. Die würden niemals sagen, dass sie fertig sind. Ja, vielleicht kann ich dir mit dieser Folge, die ich ja in diesem schönen Abend mit meinem Kakao in der Hand aufgenommen habe, ein bisschen dazu motivieren, doch mal zu sagen, ich mache mal ein Coaching, ich investiere mal in mich. Das kann schon passieren, nur Gutes. Vielleicht hören wir uns mal in einem Erstgespräch. Ich würde mich so freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du kennst mich ja jetzt schon eine Weile. Ich würde mich auch freuen, dich kennenzulernen und dich dabei zu unterstützen und glückliches und erfülltes Leben zu leben, sowohl privat als auch beruflich glücklich zu sein, abends ins Bett zu gehen und zufrieden zu sein mit deinem Leben und morgens aufzustehen und Bock auf dein Leben zu haben. Das verdienst du. Das wünsche ich mir für dich. Und ja, ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es bei dir ist, aber auf jeden Fall wünsche ich dir alles, alles Liebe, ganz wundervollen, wundervollen Tag und herzliche Umarmung. Dein Ichmulia Kolella. Dein Ichmulia Kolella. Dein Ichmulia Kolella. Dein Ichmulia Kolella. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020